Heute ist der Dom wieder mit dabei, der Manu, und wir werden das Groß Country irgendwie auf die Welt nicht schlagen. Jawohl, heute sind wir mal über Innspruch, siehst du? Voll cool. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt werden wir Licht ins Dunkel bringen, oder? Manu motiviert von der neuen Hosen. Ja, Wahnsinn. Jetzt schaut schon mal extra schnell aus. Total, total. Ich weiß, die Raden, die M-Strecken zurück, oder? Von Corona-Impfung über Spiderman, Kino, über die Familienfesteln haben wir jetzt alles durch. Was haben wir noch im Programm? Zum Besprechen. Gemeinderautsfeulen sein. Total steifer. So, obere Linie. Oh, Steilung, lass von. Was ist das jetzt der Gegenrund anstieg, oder? Was ist das da? Was hat sich. Was ist das? Was hat sich. Wir sind ein ganzes W-Gelpen. Wir sind da. Wenn da die Räten. Wir sind da. Wir sind gehalten, oder? Was ist das? Jetzt gehts. 200 Meter. Was für eine Runde, oder? Da nehmen wir die Daten schon bereit. Verlauter viele Daten, oder? 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 505, 1,5. So gut gesetzt. Der hat dumm gewonnen. Stark! Aber 500, 2, 1,5. Eieieiei! Mega! Gewalt! Wir nehmen uns eine lässige Route. Aber brutal halt. Ich bin noch müde für die letzten zwei Tage. Wie ihr seht, Schnell genug. Hat genug. Genügend Höhenmeter. Aber morgen gehts das erste Mal auf den Ski. Schnee. Geburtstags-Ski-Turm. Papa. Ich bin schon voll. Gut nachher. Tschüss drei. Am Ende sind wir wieder im Flurzfest. Bis zum nächsten Mal. Wenn ich weiter bebleiben will. Am nächsten Mal im frischen Lauf. Bitte subscriben. Abonnieren. Abonnieren. Und dann. Und eventuell. So können wir nicht. Ich bin dabei. Gut. Ich bin dabei. Boah. Bin ich jetzt müde. Ich bin dabei. องgel. Auch da sind immer bei mir. Bis zum nächsten Mal.